Musik Ab diesem Bauvorhaben realisieren wir zwei Baufelder, dann das Baufeld B mit einer neuen Hauptsitz für Palois und auf Baufeld C ein neues Schulungsgebäude. Musik Im Moment befinden wir uns im Arbeitsschritt in beiden Baufeldern im Rohbau, also Wand- und Deckenschalungen, damit die Gebäude Form annehmen. Grundsätzlich haben wir keine neuen Technologien, aber wir haben eine aufwendige Anwendung im Baufeld C. Wir verbauen hier Sichtbetonwände mit eingefechtem rot-braunem Beton mit einer sehr aufwendigen Schalungstechnik. Musik Die zentrale Herausforderung an diesen Baufeldern sind die Lage in der Stadt Basel. Wir finden uns im Zentrum auch sehr hohe logistische Anforderungen, Schnittstellenkoordination und auch enge Termine. Musik Innerhalb der Vorfamilie konnten wir zusätzliche Ressourcen nutzen, weil wir Fachspezialisten im Bereich der Nachhaltigkeit beschäftigen und in unser Team integrieren konnten. Musik Für mich persönlich sind Erfahrungen hier sehr interessant, ich konnte viele neue Bautechniker kennenlernen und meine Erfahrungsschätze erweitern. Musik 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 Musik